Wir beginnen unsere kleine Wanderung am Naturcampingpark am Isarhorn. Ein kurzes Stück der Bundesstraße entlang geht es auch schon Richtung Isarstausee. Der Isar Natur- und Erlebnisweg. Natur erkennen, Natur erleben. Dies ist die Botschaft des Weges. Mit vielen verschiedenen Themenbereichen und interaktiven Stationen zum Spielen und Entdecken soll der Lebensraum und die Natur an und um der Isar näher gebracht werden. An vielen Punkten des Weges, hier hat man aufgefordert, mit einem Schraubendreher. Mit eigener Aktivität, zum Beispiel durch Wasserspiele, Baumtelefon, Tierreitsprung, Klangbaum, Tauziehen und vieles mehr, die Geheimnisse und Eigenarten der Natur zu erkunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Spaziergang für die ganze Familie, der Isar Natur-Erlebensweg. Ja, ich bin Roland vom Kanal Supersiegern, vielen Dank fürs Zuschauen und über einen Daumen in örtlicher Richtung würde ich mich natürlich freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf meinem oder auf eurem Kanal. Tschüss, tschau und servus!